Schauen wir uns heute nochmal ein paar Online-Shops an, beziehungsweise analysieren wir heute nochmal drei Produktseiten von einem Produkt. Und ich habe wieder drei Online-Shops recherchiert, einfach mal ein bisschen gegoogelt und drei Online-Shops gefunden, die jeweils auch die gleichen Produkte verkaufen. Und es handelt sich, wenn wir jetzt mal auf meinen Laptop mal direkt gingen, um keine Zeit zu verlieren, um hier so ein klassisches Nackenkissen. Und schauen wir uns doch jetzt mal an, was ist gut auf diesen Online-Shops gemacht, beziehungsweise was, würde ich sagen, kann man stehen lassen, was sollte man vielleicht ändern oder was sollte man vielleicht ganz eliminieren. Und lass uns das einfach mal im Detail zuschauen oder uns anschauen, damit du auch genau weißt, okay, was kann ich jetzt eigentlich bei mir selber auch umsetzen. So, und das große Ding ist, es handelt sich jetzt hier bei diesem Produkt um dieses Nackenkissen. Wir sind jetzt hier bei Boreida Shop, ja, ist ein ganz komischer Name, aber gut, darum geht es jetzt erstmal nicht. Also Shop-Name ist natürlich nicht immer ganz hundertprozentig relevant, allerdings natürlich schon so ein bisschen, gerade wenn man das dann als Logo oder sowas widerspiegeln will, dann sollte man da natürlich schon so ein bisschen drauf achten. Ich fange mal ganz oben an und was haben wir ganz oben? Da haben wir kostenlose Lieferungen auf alle Bestellungen. Das ist natürlich erstmal, wo wir als Kunde denken, oh cool, da kann ich sparen, ja. Also hier kann ich auf jeden Fall empfehlen, hier oben in der Leiste auch immer etwas einzubauen, was direkt für einen Social Proof Faktor sorgt. Das heißt, dass wir der Seite vertrauen können. Ob das jetzt zwingend kostenlose Lieferungen sein muss, das sei mal dahingestellt, aber man könnte hier auch andere Sachen reinschreiben, wie zum Beispiel Startup aus Hamburg oder irgendwie etwas dergleichen. Was mir hier auffällt, und ich bin jetzt immer in der Handy-Version, ist, dass hier die Produktbilder sehr, sehr, sehr klein geworden sind. Also es ist wirklich, wenn ich das jetzt mal beispielsweise mit einer anderen Seite wie hier vergleiche, hier sehen wir jetzt mal als Beispiel eine weitere Seite, da sehen wir, ist hier das Produktbild deutlich größer, also auf dem Handy, als hier jetzt beispielsweise. Also hier ist es wirklich sehr klein geworden, was dann dazu führt, dass man es nicht wirklich erkennt. Also du siehst gerade das, was du auf meinem Bildschirm siehst, ist quasi die Ansicht von einem Mobiltelefon. Und das Produktbild nimmt gerade mal ein Drittel nur ein von der Fläche. Und das ist natürlich zu wenig, wenn du bedenkst, wie klein ja am Ende des Tages unsere Displays vom Handy sind. Und deswegen, hier wird das Problem sein, dass man quadratische Bilder hochgeladen hat, also 1000x1000 Pixel zum Beispiel oder 1080x1080 Pixel. Hier würde es eher Sinn machen, schon ein bisschen hochkantigere Bilder zu nehmen, wobei es ist wahrscheinlich noch nicht mal 1000x1000, es ist eher so rechteckformatig. Hier würde es dann wahrscheinlich eher Sinn machen, so ein bisschen mal auf ein Format zu gehen, welches vielleicht ein bisschen mehr in die Länge geht, gerade wenn wir uns für mobile Seiten optimieren wollen. Dann haben wir hier als Produktbilder, also was ich hier zum Mengeln habe, ist auf jeden Fall Produktbilder, weil es gibt wirklich nur ein einziges Produktbild, weil alles andere sind nur Bilder mit Text drin, wo dann Vorteile zum Beispiel drinstehen. Was natürlich super cool ist, ist sowas hier, dass man natürlich so einen Vergleich macht mit wir und anderen Marken. Das ist aber eher so ein Ding, was ich persönlich in die Produktbeschreibung packen würde und jetzt gar nicht explizit jetzt als Produktbild, sondern als Produktbild würde ich dann eher das Bild nehmen in der Anwendung, wie macht man es klein und das war es dann eigentlich auch schon. Hier, dann stehen hier nochmal so ein paar Sachen, was die Vorteile sind, das ist natürlich jetzt nicht ganz so gut gelungen, das Produktbild, weil das hier natürlich irgendwie so reingefotoshoppt wurde, also das sieht jetzt ein bisschen unecht aus und vor allem kann man die Schrift, also ich persönlich, ich kann die Schrift jetzt hier eigentlich absolut gar nicht lesen und das ist natürlich auch ein Unding. Und das gleiche gilt auch hier, lässt sich leicht zusammenrollen, nimmt wenig Platz in ihrem Gepäck ein, super kompakt und hier kann man schon gar nicht weiterlesen, weil dann hier diese Lupe ist. Also auch das, das ist etwas, das kann man machen, aber das gehört dann eher in die Produktbeschreibung und vor allem sollte sowas auch lesbar sein. Was hier ganz cool gemacht ist, ist, dass man hier dem Produkt einen Namen gegeben hat, dieses Produkt heißt jetzt beispielsweise Fly Comfy, ultimatives Reisekissen, das kann man definitiv so machen. Dann haben wir hier natürlich in Rot den Preis und hier den Streichpreis, das ist auch cool gemacht mit Sparen 35,01, hier 35,01 Euro und 1 Cent sparen ist so ein bisschen doof, da würde ich dann eher schon auf eine runde Summe irgendwie kommen, das heißt, da müsste man hier mal überlegen, ob man vielleicht den Streichpreis ein bisschen höher setzt oder halt bei 69, ja 99 setzt, damit man auch eine runde Zahl hat oder eine glatte Zahl hat. Dann sparen, das ist jetzt von der Übersetzung her nicht ganz so gut gemacht, hier würde ich dann eher sagen Sale oder spare bis zu oder spare jetzt, irgendwie sowas, ja. Dann was hier natürlich cool ist, ist auf Lager und Versand fertig, ja, das ist natürlich gut gemacht und dann fängt hier auch schon das Bundle mäßig an, da ist jetzt die Frage, ob man das zwingend bei diesem Produkt braucht, das Bundle mäßige. Hier steht jetzt kaufen Sie mehr und sparen Sie. Also hier muss ich sagen, hier ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt ein native German Speaker an dem Onlineshop dran, weil halt hier überall gesiezt wird, was halt im Onlineshop nicht immer ganz so, ja, perfekt ist, sage ich mal. Gerade wenn man irgendwie alle Zielgruppen abdecken will, dann empfehle ich doch schon auf das Du umzuspringen und nicht jetzt unbedingt alles zu siezen. Von daher, das scheint mir dann eher so schon mal die Anzeichen zu machen, okay, dass hier eventuell jetzt kein deutsches Unternehmen hinter steckt. So, dann haben wir hier ein Stück, zwei Stück, drei Stück, profitieren Sie von 20% Rabatt, hier meist gewählt, ja. Kann man natürlich machen, ob es für dieses Produkt sinnvoll ist, ist jetzt einfach erstmal auf einem anderen Blatt Papier. So, in den Einkaufswagen legen, das ist okay. Und dann haben wir hier unten nochmal die Zahlungsmethoden. Auch hier fehlt dann natürlich für Deutschland, würde jetzt hier meiner Meinung nach, und da kaufen halt sehr viele drüber, Klaner fehlen. Das heißt, der Erbezahlanbieter Klaner ist hier nicht eingebunden. Liegt dann wahrscheinlich auch daran, dass es jetzt hier kein deutscher Anbieter ist und das ist natürlich für welche, die jetzt ihren Sitz nicht in Europa haben, nicht ganz so einfach ist an Klaner dran zu kommen. Und, ja, ansonsten haben wir hier jetzt die Produktbeschreibung, hier, die ist natürlich überladen mit den ganzen GIFs, die wir hier haben. Das ist so ein bisschen typisch amerikanisch, kommt jetzt auf dem Deutschmarkt nicht hundertprozentig so gut an. Würde ich ein paar Sachen anders machen. Hier würde ich mir dann jetzt die Bilder wünschen, die halt in dem, hier in dem Produkt beispielsweise drin sind. Dass man diese hier etwas schicker, etwas geiler bearbeitet, hier einfach reinsetzt, dann sieht das Ganze doch schon mal ein bisschen, ja, ein bisschen cleaner aus und ein bisschen sauberer aus. Was mir aufgefallen ist, sind eben einfach die Texte, reißen sie leicht und komfortabel. Also hier sind einige Texte nicht ganz fein von der Übersetzung her. Das würde mich schon sehr stark stören. Und das passt auch irgendwie alles nicht zusammen. Und vor allem, wenn ich dann wieder runterscrolle nach ganz unten, dann kommen unsere Bestseller, dann kommen da jetzt auf einmal irgendwie Lampen, was irgendwie gar nichts mit dem Onlineshop zu tun hat, also was irgendwie gar nichts mit diesen Nackenkissen zu tun hat, was mir dann auch wieder so ein bisschen zu fragen gibt. Deswegen bin ich immer ein Fan davon, wenn man sagt, okay, ich habe ein Produkt, welches eine Nische in der Nische ist und ich habe noch irgendwie ähnliche Produkte, die das eben abdecken können oder die da reinpassen können. Also alles in einem eine einigermaßen vernünftige Produktseite. Was hier aber definitiv fehlt, ist Social Proof. Das heißt, überhaupt Vertrauen aufzubauen zu dieser Seite ist hier einfach nicht ganz so einfach, weil hier einfach viele, viele Sachen eben einfach fehlen, die wir jetzt gleich hoffentlich auf den anderen Seiten sehen werden. Deswegen gehen wir mal auf die andere Seite. Jetzt habe ich hier zum Beispiel Dreamjoys. Hier zum Beispiel sieht es schon wieder auf den ersten Blick viel, viel, viel besser aus. Das fängt schon oben an. Natürlich 30 Tage Geld-Zurück-Garantie und kostenloser Versand. Das heißt, hier habe ich gleich zwei Punkte abgedeckt, die natürlich direkt erstmal dafür sorgen, okay, ich kann 30 Tage mein Geld zurückbekommen und ich bekomme auch noch einen kostenlosen Versand obendrauf, was mir gleich schon mal ein Anzeichen gibt. Okay, Social Proof Faktor, der wächst auf jeden Fall. Dann habe ich hier das Produktbild, was deutlich besser gestaltet ist, beziehungsweise ich kann es deutlich besser erkennen. Inklusive Reisetasche steht noch hier mit einem Pfeil, dass man sieht, okay, das ist inklusive. Und Hashtag Reisemusthave2024 auch ganz cool ausgedacht, dass es so ein Reisemusthave eben einfach ist. Auch wenn ich durch die Bilder scrolle, hier sieht man das Produkt einmal in der Anwendung. Sowas kommt natürlich immer ganz gut an. Hier muss ich sagen, jetzt wurde hier nicht die optimale Farbe gewählt, weil jetzt hier ein schwarzes Kissen gewählt wurde. Hier wäre es cooler, wenn jetzt hier auch das Graue oder eine andere Farbe gewählt wird, damit man auch dieses Produkt sieht, weil jetzt sieht man dieses Produkt nicht wirklich, weil es ist einfach ein schwarzer Klecks im Bild. Also das könnte man definitiv einmal optimieren. Das würde dann auch nochmal ein paar Sachen bringen. Ansonsten haben wir hier nochmal auch nochmal so etwas, so einen Markenvergleich. Unser Produkt und andere Produkte finde ich immer gut. Finde ich nur, hat jetzt zwingend als drittes Bild nicht immer unbedingt etwas zu suchen. Das ist dann eher so ein Bild, das ich am Ende setze oder eben in die Produktbeschreibung rein. Und dann kommen hier nochmal so ein paar Produkte. Wie sieht es aus, wenn ich es trage? Hier nochmal eine Person, die das Produkt auch trägt. Wie gesagt, von der Farbe nicht ganz perfekt getroffen, weil hier meiner Meinung nach einfach krass der Kontrast fehlt. Das heißt, wenn ich jetzt hier beispielsweise, ach es gibt auch nur eine Farbe, das ist, ach nee, hier kann ich die Farbe auswählen. Also ich würde dann eventuell eher so ein Blau oder ein Rosa nehmen, dass das Produkt auch mehr in Kontrast steckt. Ansonsten sowas ist natürlich für die Produktbilder super. Oder auch hier in Action, dass man einfach mal sieht, okay, wie funktioniert das Produkt eigentlich im Alltag. Also das ist hier schon ganz gut umgesetzt. Bis auf ein paar Bilder sind hier eigentlich alle soweit in Ordnung. Dann hier habe ich natürlich nochmal einen Social Proof Faktor, nämlich mit den ganzen Likes. X, Maria S, Lukas B, gefällt das, ja, und lieben das. Und was natürlich hier nochmal einen großen Faktor macht, ist, dass wir hier in der PTM, also Traded Market, ja, das Reisekissen, dass wir auch hier wieder so das Gefühl haben, okay, das hier ist jetzt das Reisekissen, das ist das Original. Und wir haben dem ganzen Baby hier einfach einen Namen gegeben. Also auch sowas ist super, super cool. Was hier natürlich noch ein Megafaktor ist, sind die Bewertungen. Die hatten wir jetzt hier vorher nicht. Also hier haben wir nicht eine einzige Bewertung, gar nichts, ja. Das hat hier natürlich große Auswirkungen. Hier haben wir nämlich über 200 Bewertungen. Das wirkt sich natürlich positiv aus. Was ich machen würde, ist, ich würde die Bewertungen nochmal anders hervorstechen lassen, indem man die Bewertungen beispielsweise in dem typischen Amazon Gelb macht. Das heißt, wenn man mal auf Amazon geht und sich da die Sterne anguckt, die haben immer so einen ganz bestimmten Gelbton oder von Trustpilot den Gelbton, ja, den Grünton ist es ja bei Trustpilot, dass man diesen Gelb oder diesen Grünton einfach verwendet, um den hier in die Bewertungen einzufließen, weil das ist halt super, super cool. Weil das sticht dann nochmal hervor, weil wenn ich jetzt hier so durchscrolle, ich bekomme halt immer wieder dieses Blau vorgeklatscht, was auf der einen Seite gut ist, weil ich habe ein einheitliches Design. Das heißt, ich habe einheitliche Buttonfarben, einheitliche Farben überall. Ja, ich scrolle durch. Aber das hier überliest man eben sehr schnell, gerade weil es auch nur sehr klein ist. Aber das kann man eben deutlich besser machen, indem man den Stern einfach eine Farbe gibt. Entweder so dieses schöne Sternengelb oder eben dieses Sternengrün, dieses geile hell-dunkel-grüne Trustpilot-Grün. Das ist natürlich ein geiles Grün, welches für Sterne sehr cool ist. Was hier so ein bisschen negativ ausfällt, ist, dass hier automatisch der beste Deal ausgewählt wird, nämlich zweimal Nappikissen 30% auf das Kissen. Das heißt, auch hier haben wir direkt wieder den Mengenrabatt, was an sich nicht schlecht ist. Natürlich, wenn man jetzt frisch startet als Neuling mit einem ganz neuen Produkt, würde ich das jetzt nicht unbedingt zwingend machen. Eben einfach deshalb, weil man noch gar nicht weiß, wie seine eigene Conversion Rate ist. Wenn man natürlich Erfahrungen hat und die Produkte auch schon ein bisschen häufiger verkauft hat und da ein paar mehr Experience eben einfach hat, dann kann man sowas natürlich implementieren, weil man dann auch den direkten Vergleich hat, okay, wie funktioniert es ohne Bundle und wie funktioniert es mit Bundle. Und dementsprechend kann ich hier jetzt kein direktes Feedback zu abgeben. Aber für mich als Neukunde wirkt es jetzt so ein bisschen, okay, ich soll jetzt hier direkt zwei kaufen oder es ist ein bisschen verwirrend. Wenn ich jetzt hier auf die Eins klicke, dann habe ich hier auch die Farbauswahl. Und wenn ich hier die zwei, den besten Deal, das ist natürlich auch cool gemacht mit dem Bundle, hier bester Deal oder hier Familiendeal, ist super, super cool gemacht. Gerade bei dem Bundle, da hat man den großen Vorteil, dass wir dadurch natürlich automatisch den AOV, also den Average Order Value, also den durchschnittlichen Warenkorb, deutlich erhöhen. Also statt 29 Euro, 50 Euro oder sogar 91 Euro, super. Aber wie gesagt, das sind immer Erfahrungswerte, die man selbst sammeln muss, ob das Sinn macht, ob das noch keinen Sinn macht. Und vor allem, man muss einen direkten Vergleich haben. Also von Anfang an würde ich es nicht implementieren. Wenn, dann würde ich das eher so Schritt für Schritt und peu a peu einfach mal implementieren, aber nicht direkt am Anfang, damit man da auch einen vernünftigen Messwert eben einfach hat. Aber auch sowas, hier auch nochmal Farbkontraste, es ist jetzt alles meiner Meinung nach, was jetzt desigengestalterisch angeht und vor allem, was dann auch die langfristige Conversion Rate angeht, ist hier zu viel mit der gleichen Farbe gearbeitet. Es ist zwar gut, immer ein Einheitsdesign zu haben, also jetzt in dem Fall ist es das Blau, aber bestimmte Punkte, wie die Bewertungen oder wie jetzt hier diesen Rahmen, bester Deal oder Familiendeal, beziehungsweise den besten Deal, den könnte man dann auch nochmal hervorstechen, indem man zum Beispiel einen goldenen Rahmen, einen grünen Rahmen, einen gelben Rahmen einfach nochmal drum setzt, dass man das auch wirklich sieht und dass es hervorsteht als bester Deal. Dann hat man hier die Farbauswahl. Ich kann jetzt hier die Farben auswählen. Rosa und Schwarz. Oh, wenn ich das mache, ist es ausverkauft. Bitte wähle eine andere Farbe. Nehme ich zweimal Schwarz, dann funktioniert es. Okay. Ja, ansonsten ist das Produkt auch auf Lager sofort lieferbar. Das ist auch gut. Dieses Icon würde ich eventuell sogar hier oben hinsetzen, dass es auf den ersten Blick sichtbar ist und dann auch nochmal das sofort lieferbar groß machen, also das S und das L, weil das ist jetzt hier grammatikalisch nicht ganz korrekt, zumindest wenn man es mit einem Bindestrich so schreibt. Genau, das sind noch so ein paar Punkte. Ansonsten hier die Payment-Anbieter sind drin, das ist super umgesetzt. Hier nochmal ein paar Social-Proof-Faktor, kostenloser Versand, Kauf auf Rechnung, einfache Rücksendungen und 100% Zufriedenheitsgarantie. Hey, das ist super, so kann man das lassen. Und dann kommt hier die Produktbeschreibung und die ist wirklich sehr aufgeräumt. Also hier, wenn man durchscrolle, kommen auch hier nochmal ein paar Bewertungen. Dann habe ich hier erstmal nochmal so ein paar Sachen über das Produkt, ein kleines GIF, hier nochmal diesen Markenvergleich, den ich immer ganz cool finde, ein bisschen klein geworden, könnte man ein bisschen größer machen. Aber ansonsten auch hier nochmal, was unterscheidet unsere Nappy von herkömmlichen Reisekissen. Also sowas ist auch immer ganz gut, so einen Vergleich darzustellen und vor allem auch hier so eine aufgeräumte Produktbeschreibung zu haben über stressfrei auf Reisen, dass man direkt die Bullet-Points hier auf einem Punkt sieht. Okay, Benefits, Bullet-Points, alles auf einen Blick. Dann hier, warum dein Must-Have, also das sind dann so die Features. Ja, warum brauche ich das Produkt? Ist ein kleiner Text zugeschrieben. Auch die richtigen Wörter wurden hervorgehoben, ja, also in fetter Schrift. Neck-Easy-Technologie, sowas finde ich auch immer cool, wenn man eine eigene Technologie, sage ich mal in Anführungsstrichen, erfindet. Und zwar die Neck-Easy-Technologie, ja, und wenn man einfach versucht, ja, man erfindet das Rad nicht neu, aber man gibt dem Baby einfach einen anderen Namen, ja, und das finde ich immer ganz cool. Das ist ja auch das, was Apple ganz gut kann, ja. Apple ist ja immer drei Jahre nicht voraus, sondern eher verzögert, ja, das heißt, künstliche Intelligenz gibt es schon in allen Smartphones, Apple hat es noch nicht, aber wenn Apple das dann rausbringt, dann hat das gleich ein Special Name, ja, und das ist das Nonplusultra, genauso wie mit den Kamera-Funktionen, die es schon bei anderen mobilen Telefonen gibt oder sonst was, ist Apple sehr stark hinterher, aber wenn sie dann das implementieren und rausbringen, dann tun sie so, als hätten sie das Rad neu erfunden. Dabei haben sie einfach nur dem Baby einen anderen Namen gegeben und sowas funktioniert natürlich auch, ja, indem man eine Technologie erfindet, ja, die halt gar nicht existiert, sondern die hat man einfach nur so genannt. Und alles in einem, eine gute Produktseite, ein paar Optimierungspunkte gibt es, wie gesagt, Farbwahl würde ich so ein bisschen überdenken, Produktbilder würde ich so ein bisschen überdenken und ansonsten alles in einem, ein vernünftiger und solider Shop. Dann haben wir hier noch einen und hier habe ich das jetzt mal extra so offen gelassen, weil ich bin jetzt hier auf einem deutschen Online-Shop und ich habe jetzt hier, nachdem ich die Seite nämlich verlassen hatte gerade, habe ich ein Pop-Up hier bekommen auf Englisch. Ich bin aber auf einem deutschen Store und das ist natürlich der Conversion-Killer schlechthin. Also wenn ich ein Pop-Up mache mit, wo ich 10% sparen kann, aber das in Englisch aufploppt, dann bin ich eigentlich so gut wie weg, weil ich kaufe doch in Deutschland. Naja, das erstmal dazu. Schauen wir uns das Produkt an. Was ich erstmal auf den ersten Blick gut finde, sind hier oben die drei Icons beziehungsweise die drei Texte, 100 Tage Rückgaberecht, schnelle Lieferung, zwei Jahre Garantie. Ja, das könnte ein bisschen größer sein, könnte man auch mit Icons verbinden, aber alles in einem. Erstmal ein solider, vernünftiger Großanfang. Dann den Namen auch gut. Ostrich Pillow. Das bedeutet schon mal, okay, ich fokussiere mich auf irgendwas. Wenn wir mal bei den anderen gucken, Dreamjoys, da weiß man nicht so wirklich, okay, was ist das? Klar, können auch so ein bisschen träumerisch heißen. Und bei den anderen, Bori-Borida-Shop, da weiß man gar nicht, was es ist. Aber hier muss man sagen, Ostrich Pillow, da weiß man, boah, das klingt schon richtig so, als wäre das ein krasser Kissenhersteller oder so. Dann auch hier das Produktbild, hebt sich auf jeden Fall ab. Auch hier direkt Video. Dann hier so ein bisschen, alles in Englisch leider, mit den, ja, hier so mit so ein paar, wie nennt man das denn nochmal, mit so ein paar Pfeilen einfach, was es genau kann. Hier Videos wieder, hier nochmal, was es für eine Funktion hat. Also das ist schon sehr gut umgesetzt, von den Produktbildern her oder auch von den Bildern, die man sich zuerst anguckt. Wirklich gut umgesetzt, auch hier dann nochmal mit der, mit der Verpackung, wie die Verpackung aussieht. Sehr gut umgesetzt und vor allem mit so einem schönen, leichten, gräulichen Hintergrund. Das macht natürlich einen super Kontrast, sodass das Produktbild auch viel besser in Erscheinung tritt. Was nicht so gut ist, ist, dass die hier Werbung in Deutschland schalten, aber alles auf Englisch haben, beziehungsweise viel. Also ihr habt es gerade beispielsweise in den Produktbildern hier gesehen oder auch in anderen Punkten gleich noch. Das finde ich nicht so gut. Das sollte man möglichst vermeiden. Web Exclusive, also hier ist wirklich alles auf Englisch und es ist wirklich vom Shopaufbau bis hierhin echt nicht gut gemacht. Also bis hierhin ist eigentlich alles ganz gut, bis auf, dass es in Englisch ist und wenn ich weiterscrolle, ist halt alles schlecht, weil Go Neck Pillow, erstmal der Titel ist auf Englisch, der müsste auf Deutsch, Komfort, Stil und totale Unterstützung. Die Übersetzung passt vorne und hinter nicht. 737 Reviews, das ist auf Englisch, auch hier würde ich die Sterne gelb machen. Web Exclusive, was auch immer das sein soll, man kann es nicht anklicken. Das müsste auf Deutsch übersetzt sein und vielleicht auch viel besser in Erscheinung gebracht werden. Dann haben wir hier den Preis, der ist sehr mittig gesetzt, den könnte man dann auch ein bisschen farbig machen. Vielleicht hat man noch einen Streichpreis, den man verwenden könnte und dazu setzen könnte. Ja, ansonsten hier der Text, der ist einigermaßen in Ordnung, aber auch hier nicht vernünftig und nicht richtig übersetzt und ansonsten war es das auch schon. Also der Shop ist alles in einem, ist der nicht gut gestaltet. Also so sollte auf gar keinen Fall ein Online-Shop aussehen, wenn er fertig ist. Also nimm dir das nicht als Beispiel. Hier unten dann natürlich nochmal so ein paar gute Punkte, ja, wie diese einzelnen Punkte, sind sehr gut umgesetzt, aber der Text, der da drin ist, den habe ich mir vor dem Video durchgeguckt, der ist absolute Katastrophe, weil es eben einfach nur mit einem Google-Übersetzer reingeklatscht wurde. So was hier nochmal, 100 Tage Rückgaberecht, zwei Jahre Garantie und das, was hier so kommt, hey, das ist cool, damit kann man auf jeden Fall punkten, damit kann man Social Proof aufbauen, aber der Social Proof ist spätestens hier schon bei mir verloren, spätestens, allerspätestens hier, weil eben alles auf Englisch ist, ja. So und dementsprechend kann man dann davon nur abraten und auch die Produktbeschreibung, es ist halt alles in Englisch, das funktioniert natürlich so nicht. Was aber natürlich mega ist, sind die Bilder. Also hier kann man sich bei den anderen Online-Shops zumindest echt eine Scheibe abschneiden, die Bilder sind wirklich sehr gut gemacht und hätte jetzt beispielsweise dieser Kollege hier, diese Produktbilder, wäre das auch noch ein Shop, der sich sehen lassen kann, der kann sich jetzt auch schon sehen lassen, aber der dann noch besser tickt, wenn man dann noch die anderen Punkte mit einbaut. Ansonsten haben wir hier noch ein Upsell drin, sowas würde ich am Anfang auch möglichst vermeiden, eben einfach, weil man selber erstmal sehen will, funktioniert das, was ich mache, funktioniert das nicht und dann kann man Step by Step mal die Sachen einbauen. Alles in einem ein vernünftiger Shop, zumindest was die Produktbilder angeht, für den deutschen Markt allerdings nicht gut optimiert, weil hier viele Sachen fehlen und viel Übersetzungsschwierigkeit noch sind, von daher hier eventuell sehr viel Nachbesserungsbedarf und deswegen würde ich jetzt hier tatsächlich nicht einkaufen und es lohnt sich auch gar nicht, hier jetzt tiefer den Blick reinzuwerfen, weil es nicht ganz so vernünftig umgesetzt wurde oder einige Sachen eben einfach fehlen. Ja, das war es erstmal bis hierhin mit der, ja, wie soll ich sagen, mit der Analyse von diesen drei Produktseiten. Ich hoffe, du konntest dir ein bisschen was abschneiden und auch etwas für dich mitnehmen, damit du einfach selbst siehst, okay, worauf achten die Kunden, was sollte ich in meinem eigenen Shop vielleicht implementieren, was sollte ich einbauen. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr von solchen Videos hier sehen möchtest, dann hinterlass mir doch gerne mal hier einfach einen Kommentar und lass mich wissen, ob du Bock auf sowas hast, ob das in die richtige Richtung geht und vor allem, ob dir das weiterhilft und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.